Herzlich Willkommen auf unserem Kanal Urknall Weltall und das Leben. 2023 ist das Wissenschaftsjahr mit dem Motto Unser Universum. Nach Donnerwetter haben wir uns gedacht und wir an der LMU machen deswegen eine Vortragsreihe. Und in dieser Vortragsreihe geht es um alles. Also wie das Universum angefangen hat, wie die ersten Teilchen entstanden sind, die ersten Strukturen und, und, und. Die volle Bandbreite, die volle Geschichte aller Zeiten. Und ich fange an mit dem Vortrag Unser Universum. Einen Überblick. Ich werde nie vergessen, in Zeiten, als ich noch an der Landessternwarte in Heidelberg gearbeitet habe, da habe ich bei jemandem gewohnt, der sich regelmäßig mit mir darüber gestritten hat, für was denn bitte Astronomie überhaupt gut sei. Das sei doch die reine Steuerverschwendung. Man könne nichts mit dem Zeug anfangen, das sei alles so weit weg. Das sei doch typisch irgendeine Art von Wolkenkuckucksheim. Und ich hoffe, dass ich Sie in dem Vortrag davon überzeugen kann, dass das, was wir in der Astronomie machen, insbesondere die Verbindung von Astronomie und Physik, etwas ganz Wesentliches in unserem Verständnis über die Welt darstellt. Wir können nämlich, die Astronomen und Astronomen können die Objekte der Begierde nämlich nicht manipulieren. Die Dinge sind so weit weg, dass wir etwas tun können, was nur ganz selten tatsächlich in den Naturwissenschaften gerne gemacht wird, nämlich Natur so anzuschauen, wie sie ist. Wir machen keine Experimente, wir zwingen die Natur nicht in irgendeinen Zustand, sondern wir können im besten Sinne, deswegen ist auch Goethe hier zitiert, nur schauen, was da ist und können mit dem umgehen, was uns die elektromagnetische Strahlung anbietet. Das Universum teilt sich uns direkt nicht mit und gerade in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei, vier Jahren hat die Astronomie ja unglaublich zugeschlagen. Also das Nobelkomitee muss sich ja überlegen, wie kommen wir um die Astronomen überhaupt noch rum? Die machen ja ständig irgendwelche riesigen Entdeckungen und vor allen Dingen auch technologisch. Also solche Instrumente wie das James-Webb-Teleskop ist ja nur eines von vielen, womit unser Blick auf das Universum sich unglaublich geschärft hat. Hier in diesem Bild sehen Sie mal den Unterschied zwischen Hubble und dem James-Webb. Also Sie sehen, wie viel schärfer das Bild, das ist jetzt ein großer Galaxienhaufen, aber wir gehen gleich weiter, das ist einfach nur mal so, um zu sehen, was da jetzt zu sehen ist. Es sieht gerade so aus, als hätte jemand eine neue Brille über die Teleskope gelegt. Wir können völlig anders ins Universum schauen. Es wird immer deutlicher, was da alles so ist. Objekte, die man vorher nicht sehen konnte. Aber auch das hier ist natürlich schon ein erster Hinweis darauf, dass Sie sich in einer wissenschaftlichen Institution befinden, die eben nicht nur schaut, sondern auch analysiert. Nämlich zum Beispiel, was steckt denn in dem Licht der Objekte, die so weit von uns entfernt sind, drin? Und was wir vor allen Dingen hier schon erkennen können, Sie sehen hier eine Zahl, 13,1 Billionen Jahre. Wie ich immer gerne sage, das sind englische Billionen, hätte ich fast gesagt, also europäische Milliarden. Wir sind hier bei 13,1 Milliarden Jahren. Das ist ein Objekt, das sehr alt ist und aus dessen Licht sich tatsächlich ablesen lässt, dass es da schon Sauerstoff gibt. Wasserstoff natürlich sowieso, das werden wir gleich noch sehen. Aber auch Neon lässt sich identifizieren und einiges mehr sogar noch. Das heißt, da muss schon was stattgefunden haben. Ein Vorgang, der in dem Vortrag noch eine wichtige Rolle spielt, der nämlich unter anderem mitteilt, dass hier im Saal 92 Prozent Sternenstaub. Das ist das Material, aus dem wir bestehen. Das ist übrigens auch das Material, auf dem Sie sitzen. Das Material, das Sie einatmen und so weiter und so weiter, ist alles Material, was von den Sternen kommt. Das scheint im Universum ziemlich früh angefangen zu haben, denn das Universum ist 13,82 Milliarden Jahre alt. Das heißt also, dieses Objekt stammt aus einer Zeit lange vor unserer Zeit. Sie werden im Laufe des Vortrags hören, dass unser Sonnensystem nur mal eher läppische 4,567 Milliarden Jahre alt ist. Man fragt sich, was hat das Universum vorher eigentlich gemacht? Und wir sind auch erst 500.000 Jahre auf dem Planeten. Nichts, nichts. Also, das ist aber eine wichtige Erkenntnis. Wir können sehr, sehr tief in der Zeit zurückschauen. Das sind Objekte, die sehr, 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 sehr alt sind. Bei diesen Objekten passiert was. Also, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da macht jemand eine Theorie. Im Jahr 1905 fängt er an, 10 Jahre Braucher bis 1915, und entwickelt praktisch aus seinen Vorderhirnlappen, seinen kognitiven Intuitionen und Fähigkeiten, entwickelt er eine Theorie, dass die Gravitation irgendwas sei, was mit der Krümmung von Raum oder der Raumzeit zu tun hätte. Also, eher eine Spinnerei, hätte mein Nachbar von damals gesagt. Meint also, dass die Anwesenheit von Materie in gewisser Weise den Raum so krümmen würde, dass die Lichtwege sich dann auch krümmen würden. Und das müsste möglicherweise sogar die Gelegenheit geben, dass daraus sich eine Linse ergäbe, dass also die Strahlung von einem weit entfernten Objekt durch die Krümmung des Raumes so gegrümmt würde, dass diese Strahlung sogar insgesamt verstärkt würde. Eine sogenannte Gravitationslinse. So denkst du mal, eine rein theoretische Vorstellung. Ja, kann ja sein. Aber, dass man diese Theorie heute als Instrument verwendet, dass man also gar nicht mehr groß fragt, ist sie richtig? Natürlich ist sie, sie ist überrichtig. Ich rede von der allgemeinen Relativitätstheorie. Sondern, dass sogar entlang des Lichtweges hin zu sehr weit entfernten Galaxien nicht nur eine Gravitationslinse ist, sondern zwei, manchmal sogar drei. Dreimal wird das Licht eines weit entfernten Objektes so sehr verstärkt, dass selbst kleinste Objekte, die uralt sind, in ihrer Helligkeit so stark am Himmel erscheinen, dass man sie beobachten kann. Ich meine, dass mal eine Gravitationslinse da ist, geschenkt. Irgendwo, wenn du durchs Universum guckst, siehst du Materie, dann kann es schon mal sein. Aber, dass diese Linsen gerade so sind, dass sie gewissermaßen nochmal einen draufsetzen und nochmal einen draufsetzen und es damit möglich machen, so tief ins Universum zu blicken und das Ganze aber mit einem Instrumentarium, mit einem gedanklichen Instrumentarium der allgemeinen Relativitätstheorie, die da sagt, die Materie krümmt den Raum und die Krümmung des Raumes schreibt der Materie vor, wie sie sich zu bewegen hat. Hätte ja auch totaler Quatsch sein können. Ist es aber nicht. Ungeheuerlich. Das heißt, in so einem Bild, in der Interpretation eines solchen Bildes, verbirgt sich sofort die Überprüfung von Naturgesetzen. Großartig. Und der Blick auf das gesamte Universum hat sich durch so ein Instrument wie das James-Webb-Teleskop natürlich enorm verändert. Diese Beobachtungen sind inzwischen so scharf, sie glauben sich, das ist eine Spiralgalaxie, aufgelöst in ihre Strukturelemente des interstellaren Mediums, wo die Sterne entstehen, wo Sterne vergehen, wo die Elemente erbrütet werden und in einem gewaltigen Materiekreislauf genau das Material in einer Galaxie allmählich angereichert wird, was dann nach Milliarden Jahren dazu führen kann, dass sich auf einem Planeten Leben entwickelt. Und vielleicht sogar Leben, das intelligent ist. Und dann dieser Irrsinn, dass wir sogar an den Rand der erkennbaren Wirklichkeit uns heranforschen können. Es ist nicht etwa so, dass wir irgendwie nur in der Welt herumsuchen nach irgendwelchen Phänomenen, die da sind. Wir gehen an den Rand der Erkennbarkeit. Wir gehen dahin, wo es nicht mehr möglich ist, mehr Informationen zu bekommen. Was Sie hier sehen, ist also die Darstellung eines Objektes, dessen Irrsinn wiederum eigentlich nicht zu toppen ist. Einem schwarzen Loch, wo du denkst, das gibt es noch nicht. Doch. Die Raumzeit verschließt sich komplett ab. Von außen fällt alles rein und es kommt nichts mehr raus. Unglaublich. Auch eine Entdeckung der allgemeinen Relativitätstheorie. Das hat Einstein nicht gewusst, dass seine Theorie so gut ist. Da bin ich fest von überzeugt. Dass sie so gut ist. So wahnsinnig gut. Dass wir Bilder machen können von den Schatten dieser Objekte. Den sogenannten schwarzen Löchern. Das heißt, wir betreiben heute Astronomie in einer Form, wie man sich das, glaube ich, vor wenigen Jahrzehnten noch gar nicht hat vorstellen können. Diese Parallelentwicklung von Technologie, die viel, viel empfindlicher ist als alles, was wir vorher hatten. Die Möglichkeit, mit Computern die Abläufe im Universum zu rekonstruieren. Aber immer wieder vor allen Dingen fundamental die Verbindung, dass unsere Vorstellungen von dem Aufbau der Welt in der Materie und im Universum offenbar nicht falsch sind. Würde ich jetzt eine Philosophie-Vorlesung hier halten an der Stelle, würde ich Ihnen natürlich erklären, dass wir in der Tat in den empirischen Wissenschaften nichts wissen von dem Thema Wahrheit. Wir nähern uns der Wahrheit, aber wir können sie nicht erreichen. Wir können nie sicher sein, ob unsere Aussagen tatsächlich nicht am Ende doch falsch sind. Das bedeutet, selbst bei der allergrößten Genauigkeit bleibt doch alles in gewisser Weise immer Stückwerk. Aber von wegen. Natürlich ist das blanke Koketterie. Wenn Sie sich anschauen, mit welcher Genauigkeit wir heutzutage Naturgesetze überprüfen können, dann ist das, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, natürlich sozusagen der Idealzweifel. Der Idealzweifel. Gravitationswellen, auch so eine Geschichte, die was mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu tun haben, werden bei uns auf der Erde nachgewiesen mit einem quantenmechanischen Phänomen, das heißt Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, kurz Laser. Das heißt so, ich kann es nicht ändern. Der Laser ist ja, dass man auf Knopfdruck bei so einem Gerät hier auf Knopfdruck Billiarden von Elektronen dazu bringt, im gleichen Moment das Gleiche zu tun. Das ist perfekter Kommunismus und deswegen, sehen Sie, ist der Laserstrahl auch rot. Sehen Sie es? So kann man es sich gut merken. Karlauer, Sie merken, es sinkt für Sie das Niveau. Okay, jetzt gehen wir wieder raus. Was machen wir mit den Lasern? Wir bringen die Laserstrahlen zur Überlagerung, zur konstruktiven Überlagerung und warten nur darauf, dass tatsächlich ein Gravitationswellenereignis, eine große Laseranlage mit kilometerlangen Messapparaturen erreicht und dabei eine Längenveränderung hervorruft. Eine Längenveränderung von einem tausendstel Protonenradius. Ich gucke mal in die Runde. Aha. Höhe, Länge, Breite, mal Publikum, gibt Atmosphäre. Sie wissen schon? Sie wissen alle, wie groß ein Proton ist, sehe ich. Brauchen wir nicht mehr abzufragen. Ein tausendstel davon ist deutlich kleiner. Das war übrigens der Lieblingswitz der ehemaligen Kanzlerin, dass der Staatsratsvorsitzende der Deutschen Demokratischen Republik in einer Rede gesagt haben soll, dass den Sozialismus natürlich niemanden aufhält. Heute wird ein Fünftel der Erdoberfläche bedecken, demnächst wäre es ein Sechstel, ein Siebtel, ein Achtel. Und so ist es mit einem tausendstel auch. Es ist weniger. Das sind 10 hoch minus 18 Meter. Diese Dinger, die da diese Gravitationswellen ausgelöst haben, sind Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Beim Lichtjahr helfe ich Ihnen nicht, das können Sie selber ausrechnen, 86.400 Sekunden mal 365 mal 300.000 Kilometer pro Sekunde. So. Das ist ein Lichtjahr, eins. Aber eine Milliarde davon, ist klar, ist natürlich deutlich länger. Das heißt, Objekte am Rand der erkennbaren Wirklichkeit, weit, weit weg von uns, verursachen durch die Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern in unseren Detektoren hier unten ein Signal, das wir in der Physik vorhergesagt haben. Verstehen Sie? Wir haben vorhergesagt, dass eine solche Verschmelzung in dem Interferometer eine Längenänderung von einem tausendstel Protonenradius auslösen soll. Und da redet der Mann noch davon, dass die physikalischen Theorien irgendwie falsch sein können. Das ist blanke Koketterie. So. Und nun zum Gegenstand des Vortrages. Es ist die größte Geschichte aller Zeiten. Christoph Süß hat mich eben nochmal darauf hingewiesen. Das ist ja eben auch der Titel eines Jesus-Films. Ist aber gar nicht so gemeint. Ich fand es einfach stark, diesen Titel zu nehmen. Denn es ist die größte Geschichte aller Zeiten. Man kann keine größere Geschichte erzählen als die Geschichte über den Kosmos. Es gibt nichts Größeres. Auch wenn immer wieder von Parallel, Multi oder anderen Versen die Rede sein sollte, es ist dieses Universum, ist das Universum, was wir haben. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass wir eine ganze Reihe von Naturgesetzen in diesem Universum ziemlich gut kennen. Und dass diese Naturgesetze überall im Universum gütig sind. Eine Haltung, die im Jahre 1600 Giordano Bruno das Leben gekostet hat. Weil man nämlich damals der Meinung war, die Erde sei ein besonderer Platz und hier würden ganz besondere Gesetze herrschen. Und woanders könnte es nicht so sein wie hier. Das ist aber ganz offensichtlich falsch. Würde man sich mit der Frage beschäftigen, ob es noch Leben im Universum gibt, könnte man so knackig zusammenfassen, der Außerirde ist auch nur ein Mensch. Man muss irgendwie gucken, wie er klarkommt. Sie ist, was auch immer. Und das andere ist, Fragen, die zur Kosmologie gehören, sind immer Fragen an den inneren Aufbau des Universums. Wir können nur überhaupt empirisch mit etwas arbeiten, was uns in irgendeiner Form als Wirkung entgegenkommt. So können wir nach der Ursache fragen. Aber die Ursache des Universums selber werden wir nicht empirisch ergründen können. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten der Erkenntnis, aber empirisch werden wir es nicht ergründen können. Weil es müsste eine Ursache sein, die außerhalb des Universums liegt. Eine alte philosophische Frage, die Aristoteles Aha. Interessant. Auf die Frage, gibt es hier Gespenster, antwortete der Museumswärter, ich bin seit 300 Jahren hier, ich habe noch keins gesehen. Interessante Geräusche in diesem Hause. Nachts allein in der LMU, das könnte eine neue Fernsehserie werden. Horror oder nicht? Mal gucken. Es geht um die Naturgesetze, es geht darum, und in der Kosmologie, also Aristoteles hat das ganz genial gelöst, bei den Griechen war die Frage der Bewegung von Himmelskörpern immer eine Frage, dass es einen Beweger gibt, also dass eine Bewegung ausgelöst wird durch einen Beweger und dann stellt es sich natürlich sofort die Frage, wer hat den Beweger bewegt, beziehungsweise wer hat den Beweger des Bewegers bewegt und so weiter und so weiter und Aristoteles hat sich dann relativ schnell rausgenutzt, es gab einen unbewegten Erstbeweger aus. Nicht schlecht, ne? Ja, der also praktisch aus sich heraus das Universum entworfen hat und wir werden, wir können über diese Anfangsfragen heute anders nachdenken, weil wir mit Hilfe der Naturgesetze Theorien zur Verfügung haben, die uns die Möglichkeit geben, wo ist die Begrenzung für empirische Forschung des Universums. Da werden wir noch dazu kommen. Was aber noch viel interessanter ist, ist eben diese Selbsteinfaltung der Materie. Was wir feststellen konnten, kommst du her, so, die Selbstentfaltung, nämlich die Selbstorganisation, dass wir immer mehr und mehr sehen, wie das Universum sich als Ganzes entwickelt hat, einerseits, aber eben auf den Inseln, wie den Sternen, den Planeten um die Sterne und auf manchen Planeten oder zumindest auf einem Planeten, die wir ziemlich gut kennen, sich eine Entwicklung vollzogen hat, die wahrscheinlich zu den dramatischsten gehört, die Materie im Universum überhaupt vollziehen kann. Sie wird nämlich lebendig. Das ist eine Selbstorganisationsform von Materie, die die Randbedingungen, die sie braucht, um zu existieren, selbst erhält. Das ist das, was in unseren Zellen pausenlos und ununterbrochen passiert. Aber man kann es auch ganz knackig beschreiben, ganz groß, machen wir die ganz große Geschichte auch, machen wir es kurz und bündig. Das geht so, wir fangen an mit Fluktuationen, die werden verstärkt und das war es. Danke, auf Wiedersehen, tschüss. Ja, das stimmt auch sogar noch. Also das Universum hat heiß, dicht und homogen angefangen, heute ist es kalt, dünn und geklubbt. Tja, ich kann es nicht ändern. Will ich auch gar nicht. Denn es ist die Voraussetzung dafür, dass wir hier sein können, ist genau diese Form von Entwicklung. Wir würden die Sterne gar nicht sehen, wenn es nicht so leer wäre. Manche dieser Sterne, die wir am Himmel sehen, sind tausend und aber tausend von Lichtjahren entfernt. Und wenn Sie diesen Stern sehen, das bedeutet zwischen Ihrem Auge und diesem Stern ist nichts, was das Licht verschluckt hätte. Sonst würden Sie es gar nicht sehen. Wenn Sie dann doch vielleicht ein Fernrohr haben oder wenn Sie ab und zu mal so einen milchigen Fleck in der Nähe vom Polarstern sehen, das ist die Andromeda-Galaxie. Zweieinhalb Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Zweieinhalb Millionen. In diesem Jahr jährt sich zum hundertsten Mal die Erkenntnis, dass die Milchstraße nicht allein im Universum ist. Ja, in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 1923 hat Edwin Hubble zum ersten Mal veränderliche Sterne in einem Nebel entdeckt, den wir Andromeda-Nebel nennen. Und dann konnte er die Entfernung bestimmen und hat festgestellt, das Ding gehört nicht mehr zur Milchstraße. 1923. Kleine Randbemerkung, deswegen veröffentlichen wir unser Buch, die Entdeckung der Milchstraße, auch in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 2023. Das war sozusagen pro domo. Also, was sehen wir hier? Wir sehen offenbar die Vorstellung, dass das Universum angefangen hat in einer Form, die wir hier Inflation nennen. Das spielt für uns erstmal gar keine Rolle. Das Wichtige ist, es gibt Fluktuationen. Es gibt Verdichtungen und Verdünnungen. Es gibt Gebiete, das ist ein bisschen dichter und andere, wo es ein bisschen dünner ist. Und was nun kommt, hängt ganz davon ab, wie die Balance ist zwischen dem Ausbreiten des Universums, also das, was wir schon gehört haben, Urknall, wo wir hingucken, ist überall und der Möglichkeit, dass Materie sich tatsächlich verdichten kann aufgrund der eigenen Gravitationswirkung. Das heißt, wenn man einen Punkt im Universum nimmt und dort die Dichte sich anschaut und sie ist vielleicht ein bisschen höher als in der Umgebung, dann wird aus der Umgebung immer mehr und mehr Material dorthin strömen, die Dichte wird höher werden. Systematisch peu à peu. Und dadurch wird die Umgebung natürlich leerer. Heute besteht das Universum zu 75 Prozent aus nichts. Also da ist weit und breit nichts. Aber an den Rändern dieser Leerräume haben sich die Galaxien gebildet und die Galaxien haben sich zu Galaxienhaufen zusammengetan, zu Galaxien-Superhaufen, zu übergroßen Materieansammlungen. Dass das geschehen ist, verdanken wir nur der Balance, dass es nicht zu schnell auseinanderflog, dann wäre nämlich nie was passiert und dass es nicht alles in sich zusammengefallen ist, sodass nur ein großes Objekt entstanden ist. Zwischen diesen beiden Schicksalen, dass das Universum auseinanderfliegt oder dass es komplett in sich zusammenfällt, ist unser Universum bis heute, 13,82 Milliarden Jahre, dem ist es entgangen. Das heißt, die fundamentalen Bedingungen unseres Universums waren von Anfang an so offensichtlich, dass es werden konnte. Sollte es mal andere gegeben haben, waren die eventuell zu schwer, plump, wieder in sich zusammengefallen oder zu leicht, zack, auseinandergeflogen. In den letzten Jahren haben wir allerdings eine Entdeckung gemacht, die uns ziemlich zu schaffen macht, dass es offenbar noch eine Energieform gibt, die das Universum beschleunigt expandieren lässt. Uah, dunkle Energie, dunkle Mächte, die das Universum auseinander treiben, sodass man schon ausrechnen kann, wann es überhaupt keine Kosmologie mehr geben wird, weil niemand mehr andere Galaxien beobachten kann, weil die so weit weg sind, dass man nicht mehr weiß, dass es noch andere Galaxien gibt. Also schreiben, deswegen schreiben wir ja Bücher, damit die dann in der fernen Zukunft wissen, dass wir heute noch erste Galaxien oder Galaxien gesehen haben. Das Bild, was Sie jetzt da oben sehen, ist sozusagen ein reines Stichwortbild für Begriffe, die alle was mit der Entwicklung des gesamten Universums zu tun haben. Da gibt es eine Temperatur, das Universum war früher viel heißer, da gibt es eine Zeit 10 hoch minus 43 Sekunden. Sagt mir nichts, Ihnen wahrscheinlich auch nicht, ist aber arg kurz. So viel kann man erahnen. Das soll der Anfang des Universums gewesen sein? Wieso denn nicht 0 Sekunden? Ja, weil wir es nicht messen können. Das ist die kleinste kausal sinnvolle Zeiteinheit. Das ist die kleinste Zeiteinheit, die theoretisch noch in der Lage wäre, wo wir zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden können. Wir können daraus sogar eine Längenskala ableiten. Indem wir das Ding durch die Lichtgeschwindigkeit teilen, kommen wir auf die kleinste kausal sinnvolle Größe des Universums. 10 hoch minus 35 Meter, das sind 20 Größenordnungen kleiner als ein Proton. Das war klein. Jetzt wird es noch perverser, ich habe mir gedacht, das gönne ich euch. Was jetzt kommt. Gesundheit. Also, das gönne ich euch natürlich auch, aber das, was jetzt kommt, das gönne ich euch. Das ist eine dieser Momente, wo ich als Astronom bin und sage, das gibt es ja gar nicht, ich muss Ihnen das erzählen. Ich weiß, Sie haben heute Abend nicht damit gerechnet, irgendwas über das Element Beryllium zu hören, aber jetzt müssen Sie durch. Und das ist dieses Bild. Das ist so unglaublich. Man hat zwei Sterne in diesem Kugelsternhaufen beobachtet und in dem Spektrum dieser Sterne lässt sich ein Element nachweisen, das gar nicht so einfach entsteht im Universum, nämlich Beryllium. Beryllium entsteht nur dadurch, dass schnelle Teilchen durchs interstellare Medium fliegen und Kohlenstoff- und Sauerstoffkerne zerschlagen. Das ist also eine ganz andere Art von Kernentstehung, als wir das normalerweise kennen, nämlich über Fusionsprozesse, über Verschmelzungsprozesse. Und dafür müssen 200 Millionen Jahre vergangen sein. Diese Sterne da drin sind aber schon unglaublich alt. Die sind schon fast am Urknall entstanden. Aber die müssen schon, aber das Beryllium muss schon 200 Millionen Jahre zuvor entstanden sein. Boah! Das ist also wirklich der Nachweis, dass die Sterne ganz, 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 ganz früh im Universum entstanden sind. Enorm früh. Und das immerhin in der Nähe unserer eigenen Milchstraße. Das bedeutet im Klartext, wir haben eine Verbindung zwischen dem Allergrößten und dem Allerkleinsten. Wir verstehen nicht nur, fundamentale Eigenschaften des Universums, sondern wir können diese fundamentalen Eigenschaften des Universums direkt koppeln an die Eigenschaften von Materie. Wir können hier bei uns in Laboren untersuchen, wie die Anfangszustände des Universums ausgesehen haben. Besser geht's eigentlich nicht. Mehr Verbindung vom Allergrößten mit dem Allerkleinsten kann man von einer Wissenschaft nicht erwarten. Wir können also festhalten, wenn wir uns fragen, was hat das Universum mit uns zu tun, dann ist es an dieser Stelle vor allen Dingen der Gerichtshof der Naturgesetze. Es gibt keinen schärfere Klinge, mit der man Meinungen, Positionen und dergleichen überprüfen kann als das Universum selbst. Und zwar in der Verbindung der Experimente, die wir hier unten auf der Erde machen, können wir allgemeine Eigenschaften des gesamten Universums ableiten. Der Rest sind sozusagen Details in Anführungsständigen. Natürlich wissen wir längst, dass das Universum expandiert, das lässt sich dann in Computersimulationen darstellen, so wie hier. Das Universum treibt die Materie auseinander und doch verdichtet sie sich an vielen Stellen. Zu Galaxien, zu Galaxienhaufen und dergleichen mehr. Das ist praktisch die Rekonstruktion von großen kosmischen Zeiträumen mit Hilfe einer Zeitmaschine, die wir Computer nennen. Da sind die Computer wirklich ein extrem wichtiges Instrument, um solche Abläufe, die über solche Zeitskalen laufen, überhaupt zu verstehen. Und immerhin haben wir hier eine Simulation, in der das Universum sich währenddessen immer weiter und weiter ausbreitet. Das hat man vor allen Dingen am Anfang der Simulation gesehen, wo das Zeug über die Ränder hinausgeht. Es gab vor vielen Jahren eine große Simulation, die Volker Sprigl gemacht hat, wo also enorme Zeiträume und auch tatsächliche Räume angeschaut worden sind über die Strukturentstehung. Das können Sie alles in verschiedenen Varianten immer wieder aufs Neue sehen. Entscheidend dabei ist, dass sich entgegen der allgemeinen Expansion des Universums eine Organisation ausbildet. Das ist die größte Geschichte, die wir vollständig erzählen können. In dieser elliptischen Galaxie mittendrin sitzt dieses gewaltige schwarze Loch mit drei Milliarden Sonnenmassen. Ungeheuerlich. Da ist das Ding bei uns in unserer Milchstraße eher so ein kleines Hoppelding. Aber Heilung, auch unsere Milchstraße wird, müssen wir nur noch ein bisschen warten, in zwei Milliarden Jahren, ein deutlich stärkeres schwarzes Loch haben, weil, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, schon davon gehört haben, Stichwort Kündigung der Bausparverträge, der Lebensversicherung und so weiter und so weiter, in zwei Milliarden Jahren wird die große Magellansche Wolke mit der Milchstraße zusammenstoßen. Ja, dann ist es natürlich vorbei. Dann ist die Kacke am Dampfen. Dann weiß ich auch nicht mehr, wie es weitergeht. Dann wird auf jeden Fall das galaktische Zentrum mit Gas beladen werden und dann wird vermutlich das schwarze Loch doch mal richtig an Gewicht zunehmen und vielleicht werden wir dann auch die Gewichtsklasse der Milliarden Sonnenmassen erreichen. Aber es geht ja weiter. Etwas, was mit uns ja nichts zu tun hat, sind die Ränder der erkennbaren Wirklichkeit. Wir sind ja erkennbare Wirklichkeit. Wir sind ja niederenergetisch. Gott sei Dank. Und schauen Sie sich an, wie niederenergetische Prozesse in so einer Galaxie aussehen. Gase, die sich verdichten. Es bilden sich große Wolken aus. In diesen Wolken entstehen Sterne, was Sie hier sehen, ist der Staub, aus dem wir alle sind. Der Staub, aus dem Sterne werden, Planeten werden, lässt sich in Galaxien wunderbar nachweisen. Das sind die großen Geschichten, die dann uns sagen, was wir mit dem Universum zu tun haben und das Universum mit uns. Und wenn wir in so eine Gaswolke reingucken, dann sehen wir das. Das ist die Orionwolke. Sie wissen schon, Orion, das ist dieses Sternbild mit den drei Sternen. Und mittendrin sehen Sie eine solche Gaswolke, die Sie natürlich nicht mit bloßem Auge richtig gut erkennen können, sondern nur mit Infrarotteleskopen und dann ist auf einmal da innen drinnen ein Protostern, der gerade geworden ist. Frisch. Ein Baby gewissermaßen. Ja, der hat noch den ganzen Rest um sich rum, man kann ihn noch nicht richtig sehen, ist natürlich aufgeplustert und solche Objekte finden wir im Universum in ganz verschiedener Weise. hier in den berühmten Gaswolken, die sich ja schon seit langem zeigen, da könnte man jetzt auch ein James-Webb-Teleskop Bild zeigen, das habe ich einfach nicht gemacht, weil es uns eigentlich nicht mehr verrät, als das, was wir da schon sehen können, dass nämlich in den Gaswolken sich Strukturen bilden, Strukturen, die noch kleiner sind, und das geht immer weiter. Wieder helfen uns die Computer bei solchen Vorgängen, weil wir, wenn wir so ein Objekt am Himmel sehen, sehen wir es nicht in Bewegung. Was wir aber am Computer machen können, ist, dass wir Vorgänge, die über viele, viele hunderttausend oder Millionen Jahre ablaufen, beschleunigt sehen können und in einer solchen Gaswolke dann zum Beispiel die Verdichtung von Material zu Sternen sehen und da wird zum Beispiel eine uralte Frage sofort geklärt, warum dreht sich alles? Naja, was soll es denn sonst machen? Naja, also hier werden jetzt ein paar Brocken entstehen, die paar Brocken werden aneinander vorbeifliegen und wenn sie aneinander vorbeifliegen, dann üben sie ein mechanisches Drehmoment aus und dann dreht sich's. Hier dreht sich noch die ganze Wolke und jetzt dreht sich gleich alles andere auch. Zack und das war's und los geht's. Tschakka und Tschüss. Es dreht sich, die Dinge bewegen sich, stoßen wieder zusammen, wieder kommt die Gravitation zu ihrem Recht, das ist überhaupt eine großartige Sache, die Gravitation ist die schwächste aller Kräfte. Sie ahnen nicht, wie schwach sie ist. Was ist da draußen los? Unglaublich. Gerade wo ich jetzt bei der Gravitation bin. Sie ahnen nicht, wie schwach sie ist. 10 hoch 36 mal schwächer als die elektromagnetische Wechselwirkung. Überlegen Sie es mal. Die ist so schwach. Die spielt zwischen Elementarteilchen überhaupt keine Rolle. Aber bei großen Objekten, bei großen Massen ist sie die überragende Kraft. Hält alles zusammen und führt dann, wenn eine Gaswolke unter ihrer eigenen Schwerkraft Wirkung zusammengefallen ist, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich zu dem, was wir einen Stern nennen. Und das, meine Damen und Herren, ist der direkte Kontakt von uns mit dem Universum. Kohlenwasserstoff Molekülen zusammenballt, die Nahrung, die wir aufnehmen, die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, das ganze Material, was schwerer ist als Helium, spätestens entsteht nur in Sternen. Und es entsteht, weil es eine Balance gibt in den Sternen zwischen Gravitation und Druckgradienten, der Druck, der im Inneren eines Sterns aufgebaut wird, durch einen Prozess, den Sie jetzt sehen, Wir gehen einfach mal in so einen Stern rein und schauen uns an, was da drin passiert. Ein aberwitziger Prozess, der ohne die Quantenmechanik überhaupt nicht zu verstehen wäre, nämlich, dass gleichnamige Ladungen miteinander verschmelzen. Unter dem unglaublichen Druck der eigenen Masse verschmelzen zwei Protonen zu einem Deuterium-Kern, dabei verwandelt sich ein Proton in ein Neutron oder präziser ein Up-Quark in einen Down-Quark. Und das auch nur deshalb, weil der Vakuum-Erwartungswert des Higgs-Feldes bei 246,22 gV liegt. Sonst würde das alles überhaupt nicht funktionieren. Also schon die Entstehung der einfachsten Elemente hängt direkt mit der gesamten Elementarteilchenphysik zusammen. Und dabei entstehen genau die Prozesse, die Sie dort sehen können, ohne dass ich in die Details gehen will, aber es wird eben Energie dabei freigesetzt. Bei der Verschmelzung von leichten Kernen wird Energie freigesetzt und diese Energie drängt nach außen, macht den Stern heiß. Und das Allertollste ist, wenn wir uns dann anschauen, wie viel Energie dabei rumkommt, stellen Sie sich mal vor, 27 Mega-Elektronenvolt, das ist das, was im Innern bei so einem Verschmelzungsprozess frei wird. Mega steht für Millionen. Die Oberfläche der Sonne hat 5800 Kelvin, das ist ein halbes Elektronenvolt. Also Sie starten als 27-fache Millionärin oder Millionär und haben oben an der Grenze des Sterns noch 50 Cent übrig. Ein echtes Verlust, ein echtes Verlustgeschäft, ein Energieverlustgeschäft nämlich und trotzdem wissen wir, dass es so ist, denn wir haben und wissen es, weil im Innern dieses Sterns entstehen Teilchen, die jetzt aktuell durch ihren Daumennagel gehen davon so viele durch pro Sekunde, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Neutrinos. Aus unserem Stern kommen durch die Fusionsreaktion, durch die Verschmelzungsreaktion, wovon übrigens, wie soll ich sagen, ein Beratungsunternehmen, was am Anfang der Schöpfung zur Verfügung gestanden hätte, hätte wahrscheinlich kläglich versagt bei diesen Zahlen. Denn hier im Stern ist nur ein Zusammenstoß von einer Trillion Zusammenstößen erfolgreich. Merken Sie was? Hätten wir am Anfang ein Beratungsunternehmen gehabt, was das Universum auf Effizienz getrimmt hätte, wären die Sterne nach vier Wochen alle ausgebrannt. So allerdings hat die Natur einen Mechanismus entdeckt, der es möglich macht, dass ein Stern über Milliarden Jahre unglaubliche Mengen an Energie freisetzt und nicht gleich wieder verschwindet. Immerhin hat das was damit zu tun, dass wir als Lebewesen ja auch eine gewisse Entwicklungszeit gebraucht haben. Und so kann man die ganze Situation zum Beispiel der Nukleosynthese, also der Entstehung von Elementen in den Sternen anschauen. Hier haben wir einen 15 Sonnenmassenstern und schauen sich nur die Zeit an, wie lange alles dauert. In der längsten Zeit seines Lebens wird dieser Stern über 10 Millionen Jahre Wasserstoff zu Helium verbrennt. Der Rest sind Details. Alle höheren Elemente, die es im Periodensystem gibt bis hin zum Eisen, die werden immer schneller und schneller verbrannt. Am Ende sind es nur noch Tage, wenige Sekunden, das Ding fliegt auseinander und dann passiert das, was offenbar vor der Entwicklung unseres Sonnensystems auch passiert sein muss, nämlich eine Supernova explodiert. Und jetzt kommt die Milchstraße wieder ins Spiel. Die Milchstraße hat nämlich dafür gesorgt, dass die Elemente, die bei solchen Supernova-Explosionen wegfliegen mit abartigen Geschwindigkeiten, dass diese Elemente wieder zurückfallen auf die Milchstraße und nicht ins Intergalaktische verschwinden, sondern im Gegenteil da bleiben. Wenn wir uns mal anschauen, wie haben sie den kosmischen Zalando sozusagen, Lieferservice, gucken sich das Licht von der Supernova mal an, was da alles drin ist, Magnesium gegen die Krämpfe in den Waden, Silizium für die Computer, Eisen fürs Blut, Schwefel für die Streichhölzer und so weiter und so weiter. Das gesamte Periodensystem der Elemente, die schweren Elemente jenseits von Eisen entstehen, nicht mehr durch Fusion, durch einfache Fusion, sondern muss man Energie dazu liefern, aber sie entstehen und so entsteht ein Periodensystem der Elemente, das Sie alle kennen, Wer hatte Kartendienst? Erinnern Sie sich noch? Ja, man muss das ja irgendwo holen und dieses Periodensystem der Elemente entsteht dadurch, dass eben tatsächlich ein gewaltiger Materiekreislauf da ist und das ist das eigentliche direkte Verbindungsmodell zu unserem Hiersein, Sosein und Dasein. Dass nämlich in einem irrsinnigen Materiekreislauf da draußen immer wieder Sterne explodieren, die schwere Fracht ins Universum zurückbringen, diese Sterne sich wieder neue Sterne wieder bilden und um diese Sterne herum bilden sich Scheiben in den Scheiben passiert dann wieder das, was Sie jetzt schon mehrfach gesehen haben. Die gesamte Astronomie lebt von dieser winzig schwachen Kraft der Gravitation. Da kann sich auch ruhig mal was drehen, wurscht, Hauptsache sie ist dicht genug die Scheibe, dann bilden sich auch in solchen rotierenden Scheiben Planeten aus und das muss übrigens bei den Gasplaneten rucki zucki gegangen sein, weil nach 5 Millionen Jahren hat so ein Stern im Innern seinen Gas weggeblasen und dann gibt es da nichts mehr zu holen. Nun, was Sie da sehen ist eine Computersimulation. Und als Theoretiker ist man ja ein ums andere Mal überrascht, wenn also theoretische Vorstellungen von der Natur sozusagen eins zu eins übernommen werden. Sie sehen also hier bilden sich in der Scheibe dann Lücken aus. Jetzt gucken Sie mal, was es da gibt. Das ist auch eine dieser Bewegungen der Astronomie, die einfach unglaublich sind. Die Entstehung von Planeten können wir heute, ich will nicht sagen live beobachten, aber wir können bei anderen Objekten sehen, wie dort Planeten Lücken in den Scheiben entstanden sind. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Wie geht es Ihnen? Wir haben noch gut drei Stunden. Nein, 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 keine Bank. Wir werden schneller. Aber was Sie hier also sehen können, ist eine Scheibe um einen Stern und Sie sehen vor allem die Lücken hier drin. Und diese Lücken sind genau der Ausdruck dafür, dass eben Matthäe sich zusammengetan hat und die sich die kreist um das Zentralgestirn, man kann es sogar noch genauer machen, wie hier zum Beispiel. Wir können also teilweise Planeten auch direkt beobachten und das ist natürlich auch wieder nur der Technologie zu verdanken, dass es gelingt mit Hilfe von unglaublichen Rechenleistungen und Teleskopen und Materialien einen Blick ins Universum zu werfen, wie man das früher einfach nie konnte. In ein paar Jahren werden wir live dabei sein, wie Planeten um Sterne herum entstehen. Wir können also nicht nur tief in der Zeit zurückblicken, wir können auch immer tiefer und immer genauer im Universum nachschauen, was ist da eigentlich. Das heißt, das, was eben noch so aussah, sieht im nächsten Moment dann so aus oder noch genauer. Das heißt, wir können immer genauer und genauer anschauen, wie Strukturbildungen im Universum stattfindet. Dann können wir uns natürlich auch selber mal fragen, wie ist es bei uns gewesen? Wie sieht denn das aus? Man will ja auch mal wissen, mein Gott, wo komme ich eigentlich her? Wie ist denn das so gelaufen damals? Wir haben einen Stern, der ist ein G-Stern für die Kennerinnen und Kenner, also ein guter Stern. Das liegt an dieser Blödsinnigen O-B-A-F-G-K-M. Was immer Sie da für Abkürzungen reinnehmen wollen, Astronomen haben nicht einfach gesagt A-B-C-D-E, sondern anders. Also O und B sind große Riesen, die leben nur ein paar Millionen Jahre, also Riesensterne, sehr heiß, sehr schwer, ist ja kein Wunder, sehr schwer kann man gut verstehen. Sehr schwer heißt, auf den Fusionskern, da wo die Kerne miteinander verschmelzen, übt die Materie einen eigenen Gravitationsdruck aus, der die Fusionsreaktionen natürlich enorm beschleunigt. Die leichteren Sterne dagegen, so M-Zwerge, ach Gott, die können schon mal 10 Billionen Jahre alt werden, europäische Billionen, also nicht diese abgespeckte Variante. Unser Stern wird 10, vielleicht 12 Milliarden Jahre alt werden, G-Stern. Ein guter Stern, hat vor allen Dingen offenbar gute Eigenschaften und wenn wir uns dann wieder anschauen, Achtung, zurück nach Hause, wir nehmen uns einen Stein, von dem wir wissen, wie alt er ist, warum wissen wir, wie alt er ist, weil wir die radioaktiven Zerfallsketten kennen, weil wir im Labor ausgiebig darüber uns informieren können, wie lange es braucht, bis gewisse Elemente zerfallen, kriegen also uralte Uhren dafür, wie lange dauert es, bis das Material zerfällt und stellen dann fest, diese Meteoriten sagen uns, unsere Sonne ist entstanden nach einer Supernova-Explosion, die nur ungefähr ein Drittel Lichtjahr von dem Ort stattfand, von dem später, wo später das Sonnensystem entstehen sollte. Eine Supernova von 25 Sonnenmassen hat dafür gesorgt, dass die Meteoriten die Zusammensetzung haben, die wir heute messen können. Wir können also aus dem, was wir heute in der Milchstraße messen, rekonstruieren, wie es damals gewesen sein muss, aus der Vorstellung, dass die Naturgesetze schon immer die gleichen waren und überall im Universum glücklich sind. Bah! Das ist stark! Das ist richtig stark! Die Überprüfung von Naturgesetzen innerhalb der Astronomie ist eine der wichtigsten Überprüfungsmöglichkeiten, die wir überhaupt haben. So kann man also tatsächlich auch Astronomie erzählen und kann sich dann noch sogar Dinge fragen, wie woher kommt eigentlich unser Wasser und wieder sagt uns das Universum, das ist geliefert worden. Und zwar punktgenau und wieder ist es die Verbindung von Teilchen und Kernphysik mit den Beobachtungen. Das Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff in unserem Wasser ist genauso wie bei den kohlischen Kondritten. Und die kohlischen Kondritte gelten als das Material, was am ursprünglichsten, am unverändertsten von der Entstehung der Planeten übrig geblieben ist. Wir können also ziemlich gut feststellen, dass das Zeug, was wir Wasser nennen, damals schon gebracht wurde und ebenfalls, wir können weitere Analysen und dann sehen Sie, was es bedeutet, wenn wir sagen, die Naturgesetze gelten nicht nur überall, sondern immer. Wir können aus den Kristallen feststellen, wie es damals gewesen sein muss. Nämlich, Wasser ist sehr früh auf unserem Planeten nicht nur geliefert worden, sondern auch flüssig gewesen. Sollte man gar nicht meinen. Da ist ein Mond entstanden nach 4,5 Milliarden Jahren und vor 4,4 Milliarden Jahren hatten wir bereits flüssiges Wasser. Das sind die Zirkon-Kristalle, die in den Jack Hill Mountains in Australien entdeckt worden sind. 4,4 Milliarden Jahre alte Kristalle und deren Kristallisation nur im flüssigen Wasser stattfinden kann. Und dann geht die Geschichte weiter. Sie ahnen schon, worauf das dann hinausläuft. Die große Geschichte, die größte Geschichte aller Zeiten kann nicht umhin, um darüber zu sprechen, wie dann die große Transformation von Materie auf unserem Planeten gewesen ist, wie immer sie auch gewesen ist und welche Möglichkeiten es für die Materie gegeben hat in verschiedenen Varianten, mit verschiedenen Schlüsselereignissen sich tatsächlich vollzogen hat. Ich werde jetzt mal was machen. Moment. Josef, was muss ich tun, um da hinzukommen, wo ich hin will, um das zu überspringen? Was darf ich tun? Weil ich bin jetzt völlig hilflos. So, ich habe alles versucht, aber, ah, da muss ich hin. Okay. Gut. Ich will einfach noch ein bisschen runter. Hier so runter. Das ist kein Touchscreen. Ach, das ist kein Touchscreen. Ah. Was ist das? Ist das kein Touchscreen? Du musst hier drücken. Da. Ah, gut, gut, gut. Kennen Sie die Geschichte von dem kleinen Mädchen, der steht in dem Kindergarten an einem Fenster, da draußen ist ein Eichhörnchen und es macht so und es fängt an zu schreien, weil das ein Eichhörnchen nicht größer wird. Diesen Fehler bin ich gerade aufgesessen. Ich danke dir. Wo willst du hin? Ich will eigentlich, ich will eigentlich, sagen wir mal, hier hin, dahin, dahin, genau. Danke. Dankeschön. Denn die große Geschichte, die wir da zu erzählen haben, ist also eine Geschichte, die uns immer wieder unmittelbar an das Universum klemmt. Bei allen möglichen Ereignissen, die Entstehung des Mondes spielt natürlich eine wichtige Rolle für das Hiersein, Sosein und Dasein, weil der Mond stabilisiert die Erdachse seitdem, hat dazu geführt, dass die Erde sich heute mit 24 Stunden um die eigene Achse dreht. Wenn der Mond nicht da wäre, würde die Rotationsachse der Erde deutlich schlabbern. Es würde also deutlich störende Klimaschwankungen geben, müssten wir, wären wir garantiert nicht viel verantwortlich. Und die Tage werden auch kürzer. Ja, also wären nur noch vielleicht 10 Stunden oder vielleicht sogar nur 7 Stunden und manche Tage wären ja auch besser, wenn sie nach 7 Stunden zu Ende wären, das kennt man ja. Aber man muss es einfach sagen, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich zeige Ihnen nur ganz kurz nochmal diese Entwicklungsgeschichte, die wir ja alle kennen. Sie wissen, dass es auf unserem Planeten natürlich eine unglaubliche Restmenge an Wärme gibt, die man zum Beispiel sich anschauen kann, woher die kommt und was das bedeutet, nämlich diese Bewegung aus dem Erdinneren. Das ist 50% Restwärme von der Entstehung unseres Planeten. Das heißt, das ist kosmische Energie. 50% stammen von radioaktivem Zerfall. Und was das für Konsequenzen hat, das kann man leider Gottes immer wieder natürlich an verschiedenen Stellen auf der Welt feststellen, weil nämlich diese Energie in unserem Planeten sich herumtreibt. Und man kann das hier auf diesem Vulkan im Lavasee in Äthiopien sozusagen direkt live beobachten, wie sich solche Platten bilden und was solche Plattenbildungen eigentlich verursachen können, nämlich die Veränderung der Oberfläche und damit natürlich die Veränderung des Klimas, die einhergeht, weil zum Beispiel seit 50 Millionen Jahren wird auf diesem Planeten die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre eigentlich runtergehen. Warum? Weil das Himalaya-Gebirge aufgefaltet worden ist. Damit hat der Karbonatkreislauf an der Oberfläche eigentlich enorm zugenommen. Die Verwitterungsprozesse hätten dazu führen müssen, dass die CO2-Konzentration deutlich runtergeht. Aber in den letzten Jahrhunderten hat eine Spezies auf diesem Planeten Kohlenstoff, der 300 Millionen Jahre alt ist, aus dem Boden geholt und hat ihn in die Atmosphäre gepumpt. Und was das bedeutet für die Überlegung, wenn wir uns unseren Planeten anschauen, wir wissen heute ziemlich genau, dass diese Vorgänge hier immer wieder dazu geführt haben, dass Leben hier zum Beispiel vor 237 Millionen Jahren, ziemlich genau, auch wieder ein Dienstagabend, Sie sehen es, hingen die Dinge noch ganz anders zusammen, aber was besonders bemerkenswert ist, wenn wir uns diese Bewegung von solchen Platten anschauen, hier zum Beispiel vor 66 Millionen Jahren, war so ein Tag, war es eigentlich schön. In Mexiko hatten sich die Dinosaurier auf ein schönes Wochenende eingestellt. Und Sie wissen, wie es ausgegangen ist, haben Sie auch getäuscht. Danach war nichts mehr so wie vorher und hier sehen Sie allmählich solche Entwicklungen, Sie sehen die indische Platte, wie sie allmählich gegen Eurasien rast, nämlich auch wiederum mit Naturgesetzen, die wir im Universum beobachten können, die in unserem Planeten wichtig sind und dann kann man tatsächlich sehen, wie sich das Himalaya-Gebirge bildet und das Irre ist, wir kriegen diese moderne Welt hin, wir kriegen noch was ganz anderes hin, nämlich das hier. Also falls Sie langfristig Immobiliengeschäfte machen wollen, sehen Sie schon, das Mittelmeer ist nicht so der Bringer, also eine Finca auf Mallorca kann sich in 50 Millionen Jahren, ist die weg. So wie übrigens momentan schon der Besitz von Häusern auf Nordseeinseln unter Umständen problematisch werden kann, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Nun, was ich Ihnen sagen wollte und was ich Ihnen erzählen wollte, habe ich erzählt, das Universum ist ein Selbstorganisationsprozess und wir sind ein Teil davon. Wir sind ein Teil von diesem unglaublichen Geschehen, was wir da sehen und wir sind ein Teil einer Geschichte, die so gewaltig ist, dass wir eigentlich nur voller Respekt vor diesem Universum stehen können und uns anschauen sollten, was wir unter anderem durch die Beobachtung des Universums gelernt haben. Dass wir feststellen, dass wir wirklich nur ein winzig kleiner Teil sind und auch wenn wir über die letzten paar tausend Jahre durch Kultur und viele andere Phänomene uns abgesetzt haben von dem oder meinen abgesetzt haben oder uns meinen abgesetzt zu haben, letzten Endes ist die Natur die Bedingung der Möglichkeit für uns auf diesem Planeten zu sein. Dieser Planet ist einer von etlichen Planeten im Sonnensystem. Unsere Sonne ist eine von vielen Sternen in der Milchstraße. Jacques Monod's Buch endet da sehr negativ. Ich bin überzeugt davon, dass das, was wir auf diesem Planeten machen, bei der Erkundung des Universums tatsächlich nicht nur etwas ist, was für uns wichtig ist, sondern auch für diejenigen, die noch gar nicht hier sind. Wir können mit unseren Wissenschaften, mit der Art und Weise, wie wir Grundlagenforschung machen, eine ganze Menge bewegen und das ist das, was wir in der Woche, was wir in den Monaten, was wir in den Jahren unserer Tätigkeit an so einer Universität erreichen wollen. Nämlich, dass wir in der Lage sind, mit Vernunft und Verstand etwas über die Welt zu verstehen, was sonst wahrscheinlich kein Lebewesen auf diesem Planeten kann. Allerdings ist es eben verbunden mit einer ganzen Menge voll Respekt und Verantwortung. Beziehungsweise 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 Beziehungsweise